Der Bär und der Elefant Eine Fabel aufgeschrieben von Gotthold Ephraim Lessing Die unverständigen Menschen, sagte der Bär zu dem Elefanten, was fordern sie nicht alles von uns besseren Tieren? Ich muss nach der Musik tanzen, ich, der ernsthafte Bär! Und sie wissen es doch nur allzu wohl, dass sich solche Possen zu meinem ehrwürdigen Wesen nicht schicken, denn warum lachen sie sonst, wenn ich tanze? Ich tanze auch nach der Musik, versetzte der gelehrige Elefant, und glaube ebenso ernsthaft und ehrwürdig zu sein als du. Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht, freudige Bewunderung bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir also, Bär, die Menschen lachen nicht darüber, dass du tanzest, sondern darüber, dass du dich so albern dazu anschickst. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.